Was ist denn eine grüne Hauptstadt? Wem gehört der öffentliche Raum? Was heißt Klimaschutz für die Stadt? Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück. Wir haben Antworten. Für attraktive Einkaufsstraßen überall in unserer Stadt. Zum Beispiel den Kudamm im Alten Westen Berlins. Menschen bewegen sich frei, flanieren und kommen zusammen. Es entstehen attraktive Einkaufswelten mit grünen Dächern. Bäume und Natur sind gut fürs Stadtklima. Für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, um in ganz Berlin attraktive Einkaufsstraßen zu erhalten. Geht das? Klar geht das. Jetzt Grün wählen für Berlin.